Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben und Herzen, willkommen zu einer neuen Folge von Forgive Me, Father 2. Da, weg mit der Scheiße da. Wo muss ich hin? Da hinten. Ja, Fall Damage, sehr gut. Deshalb haben wir am liebsten den Fall Damage, ne? Na dann, sag mal, willst du bitte sterben? Ach, der explodiert auch noch, sehr gut. Keine Munition mehr. So, mach die Scheiße da weg. Der andere, ist der weg? Ne, natürlich nicht. Aber jetzt, glaube ich. So, ich hau jetzt einfach ab. Scheiß drauf. Draufgeschissen, Junge. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ne. Aha. Boah. Na, das ist ja nicht mal Skill. So, sich so zu retten. Das ist Skill und nix anderes. So, der Werminator hat keine Munition mehr. Das ist natürlich scheiße. Naja. Generell nicht mehr so verdammt viel Munition, wenn ich ehrlich bin. Aber. Wir haben, äh, Checkpoint Reach. Das, äh. Das ist die Hauptsache. Das ist die absolute Hauptsache. Was ist hier so? Hallo. Nein, da sind wieder so, äh, diese sechs kleinen, blöden Dinger da. Ja. Hä? Der ist auch weg. Ich seh hier sowas von gar nix. Okay. Ja, noch einen hinten und ich bin am Arsch, ne? Okay. Ey, ich hab HP. Bin ich? Klasse. Ey. Okay. Er ist explodiert, ist mir scheißegal. Ob das Ding erwischt. Okay. Okay. Da. Komm mal her. Danke. Ja. Nein, Alter. Ey. Welche Scheiße, äh. Checkpoint Reach. Der Checkpoint bringt mir nix. So. Armor. So, ist gut. Headshots verteilen. Was ist das? Health. Oh ja. Halleluja, du. Hinten war noch einer, oder? Was willst du? Komm mal ran her. Ja. Ja. Ja, guck mal. Mein Worminator hat auch wieder Munition. Und der Obelisk natürlich. Okay. Checkpoint reached. What the hell? Ne, 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 ne. Okay. Schön. Ruhig. Ja. Okay. So. Ist definitiv unangenehm. Wenn ich die nicht richtig sehe. So. Ich will die Headshots sehen. So nämlich. Was ist das? Armor. Okay. Ja. Okay. Mach mal das Licht an. Komm. Oh boy. Was ist los? Was ist denn das jetzt hier für eine unchristliche Scheiße? Moment, Moment, Moment. Moment. Hey, 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 hey. Da. Meine Fresse. Was ist das denn hier für Zeugs? Ey. Okay. Nimm das. Gebt noch einer? Ja. Ja, da hinten. Okay. Und jetzt ist eine Tür aufgegangen. Ey, 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 ey. Mach das Licht wieder an. Ammo. Noch mehr Ammo. Oh Gott, im Himmel. Ne, 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 ne. Warte mal, warte mal. Uh, uh. Mach mal rein. Ne, 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 ne. Ja. Huh. Was? Okay. Ja. Zack Wo sind die denn? Hier Wo noch einen hin und ich bin am Arsch Ja, der trifft mich so oder so Solange ich nicht in Deckung gehe Meine Güte, du Kommt der da? Sehr gut Ja, hier ist auch einer Ah, 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 ah Okay Gut Health, danke Armor Ne, Ammo, nicht Armor Ammo, so Ja, für den Verminator Sehr gut Was kommt jetzt? Checkpoint reached Noch mehr Ammo Oh, jetzt kommt wieder dieses Zeug hier Ja, da war jetzt gerade eine Uhr Ist mir eigentlich egal, komm Machen wir weiter Habe ich den ganzen Oh je Oh Ja, ich, ich runne ja Bin dran Ja, es geht halt nicht schneller Weil ich hier so am Fliegen bin Hallo Hallo Come on Hier Huh Ich habe keine Ahnung, was das war Was ist hier? Ammo Aha Äh Mal Ammo Nein, dann war es das wohl mit dem Level Ich kann aber alles auffüllen, was ich habe Okay Ein Token Hey Und noch ein bisschen Armor Okay Finish Level Okay Jesus Christus Hast du ein mühsames Level, du Nightmare Land Ja Gehen wir mal ins Asylum zurück Ich muss was mit den Waffen gucken Und hier ebenfalls Jetzt habe ich hier alles aktiv Ähm Ne, da will ich eigentlich nichts Neues, ne Zwei Tokens habe ich Also ich habe hier die Gobblergun Die gefällt mir ehrlich gesagt nicht so Also sie ist schon gut Aber ist irgendwie nicht so meins Und der Verminator genauso wenig Der Verminator genauso wenig Aber ich will eigentlich mal was anderes Wie ein Blumen Siphon As soon as this one starts to spin Nothing is really safe in your path Aber halt diesen Mortar This gentle plant-eating entity Can obliterate hordes of enemies With its explosive missiles In a blink of an eye Also den Verminator behalte ich mal Ich nimm mal hier den Blumen Siphon Komm Okay Eine Pistole hätte ich eigentlich nochmal nehmen Diesen Eternal Fish Nehme ich mal als nächstes Komm Okay Was ist das nächste Level? Race the Clock Machen wir morgen Ich sage danke fürs Zuschauen Habt einen schönen Tag Macht's gut meine Lieben Tschüss Ich sage das